Die größte Science-Fiction-Roman-Serie der Welt. Perry Roden hat eine Fan-Zentrale seit über 25 Jahren. Ihr Kult-Magazin Soul hat eine Chefredakteurin. Sie ist heute bei mir. Freuen Sie sich mit mir auf Christina Hacker. Ad Astra, der Podcast rund um Science-Fiction und Fantastik. Mit Rainer Kraus. Ich sage herzlich willkommen der Chefredakteurin des legendären Soul-Magazins der Perry Roden-Fernzentrale, Christina Hacker. Hallo. Hallo. Ja, es freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast hier für einen Podcast mit uns. Und die erste Frage muss natürlich lauten, wie kommt man überhaupt zur Science-Fiction und speziell zu Perry Roden dann später. Wie hat das alles angefangen? Es hat eigentlich mit Perry Roden angefangen. Sehr schön. Ich komme ja aus dem Osten von Deutschland und da war, ja, Perry Roden gab es da eigentlich nicht. Also das war ja verboten. Das war eine Schundliteratur vom Klassenfeind. Vom Westen, wie kann man noch? Das ging gar nicht. Also ich habe mich tatsächlich in meiner Jugend jetzt nicht wirklich für Science-Fiction groß interessiert. Ich war eher so der Karl-Mai-Fan. Auch gut. Und später dann, das habe ich immer gelesen, Alberto Moravia. Also das kann immer keiner kapieren. Ich weiß auch selber nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube, das war mal ein Film, den ich gesehen habe mit meinem Lieblingsschauspieler und der basierte auf einem Buch von Alberto Moravia. Und deswegen habe ich alles von dem gelesen, was es in der Bibliothek gab. Letztendlich war es dann tatsächlich so, dass wir im Februar 1990, also ganz kurz nach dem Mauerfall, in den Schwarzwald gefahren sind zu meiner Tante. Das ist quasi die Schwägerin von meinem Vater. Sein Bruder war schon länger gestorben. Die Tochter war schon gestorben, relativ jung. Und die hatte da so ein Riesenhaus und hatte da so über der Garage so einen Schuppen oder so einen Dachboden. Und da waren kistenweise Heftromane drin. Ja, für eine 15-Jährige wie mich war das natürlich das Paradies und habe da alles rumgestöbert. Und es waren aber fast so Länzer und Ärzteromane und Heimatromane mehr. Und ich habe aber tatsächlich drei Peri-Rodan-Hefte gefunden. Und ich fand die so toll wegen diesen Raketen da drauf. Und ich weiß nicht, ich habe die da irgendwie mitgenommen und habe die dann da begeistert gelesen und durfte die dann auch mitnehmen. Und bin dann irgendwie drauf gekommen, nachdem ja dann die Währungsunion war, wurde dann im Sommer auf den Märkten kamen dann so Händler. Die haben dann auf Tapeziertischen Heftromane aus Kisten verkauft. Und da waren ja so die Schüler, wir sind dann immer nach der Schule dahin auf den Markt und da konntest du dann also für 50 Pfennig hat das Heft gekostet. Und wenn du es dann die Woche später wieder hingebracht hast, hast du 20 Pfennig zurückgekriegt. Und die hatten natürlich auch Peri-Rodan. Die anderen, meine Klassenkameradinnen, die waren eher scharf auf John Sinclair und so. Sowas aber auch. Und ich habe mich dann halt durch den halben Kappen-Zyklus gelesen. Und ja, genau. Und dann war dann im September, lief ja dann auf einem ZDF, TNG ging da los. Bin da durch Zufall irgendwie reingestolpert. Star Trek. Star Trek, genau. Und da fand ich den Wesley so klasse. Ja, der totale Wesley-Fan. Und da habe ich mich, also das war dann der Einstieg in Star Trek. Und ein Jahr später habe ich entdeckt in der Buchhandlung, es gibt auch Bücher zu Star Trek. Ja, da war dann natürlich Peri-Rodan vergessen. Ich habe dann immer nur Star Trek gelesen. Aber ich hatte mir immer vorgenommen, diese Silberbände, die willst du mal lesen. Und irgendwann mal, wenn du Zeit hast, dann fängst du mal an mit diesen Silberbänden. Und das war dann tatsächlich so im Neue 2012, habe ich meinem Mann die ersten 20 Silberbände geschenkt und habe die dann selber mitgelesen. Da ist das Peri-Rodan-Fieber wieder zurückgekommen, nachdem ja Star Trek 2006 zu Ende gegangen ist. Also da haben auch die Clubs zugemacht. Und es kam dann 2009, dieser neue Film, das hat mich aber nicht wirklich vom Hocker gerauen, weil das nicht mein Star Trek war. Ja, und dann bin ich bei Peri-Rodan wieder eingestiegen. So geht das im Kreise, ja wunderbar. Ja, vom Peri-Rodan-Lesen für Peri-Rodan sich zu engagieren, ist ja noch ein Schritt. Wie kam es denn dazu, zur Mitgliedschaft der Peri-Rodan-Fanzentrale und all das, was danach kam? Das lief tatsächlich übers Schreiben. Ich schreibe ja seit 1992, vorwiegend Fanfiction, vorwiegend Star Trek-Fanfiction. Und als ich dann 2012 da angefangen habe mit diesen Silberbänden und ich habe das dann gelesen und dann denke, boah, dieses Frauenbild in den alten Romanen, das… 60er Jahre halt. Boah, das ist ja… Klar. Und dann habe ich auf der Webseite von der Prüfts gelesen mit dieser Fan-Edition und dass man da schreiben könnte. Und dann habe ich gedacht, boah, da meldest du dich mal. Vor allem habe ich den Michael Heidel angemahnt und habe gesagt, hier, ich habe eine Idee. So Frauen in der Solaren Flotte, es wäre das was und so. Und dann habe ich, ja, 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 schreib mal, schreib mal. Ja, und dann habe ich diese Fan-Edition geschrieben, ohne dass ich überhaupt Mitglied in der Prüfts war. Okay, das kann man ja machen. Und dann habe ich so gedacht, ja, wo die dann fertig war, also nachdem ich sie dann fertig geschrieben hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, du kannst jetzt eigentlich, musst du Mitglied werden, weil das ist doof. Du schreibst jetzt einfach nur eine Fan-Edition und du bist eigentlich gar nicht Mitglied und die tun dir dein Buch verlegen, das geht nicht. Und dann bin ich da irgendwie Mitglied geworden und noch im Herbst, ja, im November oder so, da schrieb mich der Herbert Kessel an, oh, du hast doch die Fan-Edition geschrieben und du engagierst dich doch sonst so und du hast einen Blog. Und ja, möchtest du nicht unser Newsletter übernehmen? Weil da haben ja alle keine Zeit dafür und dann habe ich gesagt, okay, dann schauen wir mal. Ich bin ja Druckvorlagenherstellerin, also ich weiß zumindest auch, wie man das layoutet und so. Und dann habe ich mir gedacht, ach, machst du ein schönes Layout. Und dann war ich ja völlig unbedarft da dran gegangen. Ich bin ja da, ich meine, ich habe schon Vereinsmagazine gemacht, aber nicht in diesem Umfang und auch nicht in dieser Fülle. Und ja, und dann habe ich diesen ersten Newsletter gemacht und der kam wohl offensichtlich ganz gut bei den Leuten an. Und dann, ja, dann war das so ein Selbstläufer. Wunderbar. Dieser Selbstläufer kam oder ging besser gesagt in Richtung, ja, des legendären Soul-Magazins dann weiter, ne? Ja, das war, das war eine längere Geschichte. Dann erzähl mal. Das ist ganz, ja, der André hat das ja allein gemacht. Nachdem der, wie hieß er, der ist gestorben von den Sinsich-Kons, der Veranstalter. Ich kann dir leider nicht helfen im Moment, aber eben, wenn es einfällt, ein andermal. Fällt mir noch ein und der hat ja das zusammen mit dem André gemacht und als der dann gestorben war und der André hat das dann ganz alleine gemacht und das kannst du nicht alleine machen. So eine Zeitschrift geht nicht alleine. Ja, das ist ein professionelles Layout, das ist eine tolle, tolle Gestaltung, da ist viel Arbeit drin. Ja, und der, ich meine, der Ben Kalbenhari, der hat ja dann das Lektorat dann noch gemacht, der wollte aber auch gerne auch noch was anders machen außerdem. Und ja, es verzögerte sich dann halt, dann kamen die Hälfte immer zu spät und dann haben mich die Leute dann auch angeschrieben oder auch angesprochen, unter anderem auch die Periode an Redaktion. Ja, was ist denn da los und warum, warum ist da Dauer, das dann immer so lange und warum, ja, und der, war halt schwierig. Und dann habe ich dem André meine Hilfe angeboten und wir können das doch zusammen und ja, es hat aber trotzdem irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und ich weiß nicht, das war dann irgendwie in Wien, auf dem Austria-Kon in Wien, wo dann mehrere Leute dann zu mir an den Tisch kamen und gesagt haben, ach, ach, du, die Sol und warum und wieso und weshalb und dann eine Woche drauf kam ich dann Mail von dem Pushmann, der dann sagte, boah, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, das ist ein Scheiß hier. Und ja, nee, es hat halt alles nicht mehr funktioniert und der André hatte ja dann seinen Verlag gegründet und hat dann gesagt, na Leute, ihr habt es recht, ich kann nicht mehr, ich gebe das jetzt ab. Und ja, und dann war dann eigentlich, hatte ich ja dann die Überlegung, habe dann gesagt, gut, Leute, ich überlege mir das, aber wenn ich es mache, ich mache es nicht allein. Ja, und inzwischen hatten wir aber auch eine Menge mit, die gerne mitgemacht haben, die Alexandra Trindee zum Beispiel, die war da dabei und der Norbert Fix, der war ja frisch ins Fandom eingetreten und der ist ja als Zeitungsredakteur ja prädestiniert dafür gewesen und ich weiß nicht, wer da noch alles dabei war. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, mit dem Team, wir versuchen das jetzt einfach. Der René zum Beispiel, der war noch mit dabei, René Spreer und ich sage, wir versuchen das jetzt einfach. Also das sind ja alles zum Teil Leute, wenn ich das so richtig raushöre, die auch in dem Job sozusagen Erfahrung haben, vom Lehrauter zum Texter, also Redakteur bis hin zum, was weiß ich, Lektorat und so. Ja, genau. Und ja, und das hat dann doch ganz gut geklappt. Das war wann genau? 2016, im Oktober. 2016, also erst, ja, also ich kenne die Sol ja schon seit den 1990er Jahren, ich habe da nie eine Mitgliedschaft gehabt und habe mal so ein Magazin und dann ein Probeexemplar schicken lassen. Das war damals auch schon ein tolles Ding. Ja gut, das hat der Klaus Wollhöfner damals gemacht, der hat das quasi neben seiner Arbeit im Verlag, weiß nicht, wie er das geschafft hat, hat ja die Fantastik dann weitergemacht. Das hat sich ja dann getrennt irgendwie. Die Fantastik war ja erst Teil der Sol, glaube ich. Und das ist dann quasi, hat sich dann rausgelöst. Das ist am Kiosk ja dann, die Fantastik ist am Kiosk zum Teil zu haben. Ja, genau. Ja, und das läuft jetzt ganz gut. Also wir haben uns jetzt quasi gefunden, naja, am Anfang, es gibt am Anfang immer so ein bisschen Probleme, eh das alles so sich einringt und eh du weißt, wer was gut kann und wer was wie haben möchte. Und ja, wir sind halt alle Menschen und haben alle unsere Problemchen. Und da muss man halt irgendwie auch, also man muss als Chefredakteurin, habe ich festgestellt, muss man psychologisch geschult sein. Okay, das wird sich ein bisschen sagen. Also ein bisschen Psychologie gehört da dazu, um die Leute zu Höchstleistungen anzuspornen. Und das ist ja immerhin nur eigentlich, wenn man so will, ein Hobby, oder? Ja, genau. Also ich bin ja, ich sage immer, ich bin ein Hobbyredakteur. Früher war ich Hobbyautor, jetzt bin ich Hobbyredakteurin. Unfassbar, was man nicht alles tut für seinen Spaß und an der Freude. Das ist ja enorm. Ja, die Aufgaben, das hast du gerade schon angesprochen und die Mühen dazu. Aber welche schönen Momente erinnerst du denn seit dieser Zeit schon? Also irgendwelche besonderen Ausgaben oder besondere Interviews oder irgendwas, was sozusagen dann die Laune immer wieder hochhält? Ja, das ist, letzte Woche hatte ich wieder so einen Moment. Ich sitze da hier und schreibe E-Mails. Also auf einmal klingelt das Telefon, österreichische Nummer, wer ist das? Geht ran. Ja, hier ist der Christian Wehrschütz vom ORF. Du, ich hätte ein Interview für dich mit dem Anton Zeilinger. Willst du das haben für die Sol? Und da denke ich, oh Gott, ORF. Hört sich klasse an. Das ist der Korrespondent. Der hat ja auch dieses, das Interview mit dem chinesischen Autor, dem, ich weiß nicht mehr, wie er ausgesprochen wird. Chinesisch halt. Zigzing. Oh ja, kann man das aussprechen überhaupt? Ich weiß es nicht. Und das hatten wir ja in der Sol 100. Und ja, und jetzt habe ich dann eins mit Anton Zeilinger, dem Nobelpreisträger, kriegen wir jetzt dann für die nächste Ausgabe. Ja, nee, es ist einfach, es sind die Menschen. Es ist tatsächlich so, dass es der Kontakt zu den Leuten ist, dass du unheimlich viele nette Leute kennenlernst über diese ganze Geschichte, dass du anderen Blickwinkel kriegst für viele Sachen, dass du immer neue Sachen lernst, dass du auch neue Sachen über dich selber lernst, dass du lernst, wo deine Grenzen sind. Was sowieso. Was du gut kannst. Also ich hätte mir zum Beispiel, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich sowas kann. Es ist tatsächlich so am Anfang, ja, kann ich das? Was geht das überhaupt, wenn man so an mir gezweifelt? Wenn man es nie gemacht hat. Aber, na, jetzt bin ich so, ich hätte wahrscheinlich nicht Elektrotechnik studieren sollen, sondern eher Journalismus. Ich wäre wahrscheinlich eine gute Redakteurin geworden. Aber, ja. Ja, gut, sagen wir mal, das Gleiche erlebt man selber, wenn man erstmal einen Artikel schreibt. Oder ich habe jetzt ja auch für die Sol schon mal Beitrag zwei gemacht, wo man dann denkt, okay, wie kommt das dazu? Weil einfach man auch den Spaß daran hat, wenn man Interesse an dem Thema hat. Also so ein normaler Zeitungsredakteur, der irgendeinen Artikel sozusagen schreiben muss über was auch immer, was ihn ja eigentlich nicht wirklich persönlich interessiert. Da fehlt dann die Leidenschaft dahinter. Bei so einem Magazin wie die Sol sind immer wieder Leute dabei, die dann sozusagen die Leidenschaft leben. Das ist, was ich da immer wieder mitkriege und herausfinde. Und das geht einem ja irgendwo selber dann so. Das ist der Unterschied, glaube ich, den so ein Fandom-Magazin am Leben hält. Ein ganz normaler Artikel, der wirklich jetzt den Autor selber nicht interessiert, der kommt ganz anders rüber. Und der wird dann ganz anders aufgenommen. Ich glaube, in dieser Branche solltest du das eigentlich, solltest du das Interesse mitbringen für das, was du schreibst. Und ich glaube, wenn das nicht da ist, dann bist du da viel am Platz. Ganz genau. Egal, egal, ob du jetzt in der Zeitungsredaktion arbeitest oder ob du bei der Sol bist, findet sich in jedem Thema ein interessanter Kern. Und mag das noch so am Anfang noch so langweilig sein. Also ich habe, was jetzt auch, der hat letztes Jahr ein Heft, da ging es um den Peri-Rodan-Film. Es hat der Norbert Fix vorgeschlagen. Und ich war überhaupt nicht begeistert von diesem Schwerpunktthema. Ja, gar nicht, weil das so eine ausgelutschte Geschichte ist. Never-ending-Story. Gott, das ist jetzt schon so oft durchgekaut worden. Die Redaktion in Rastatt kann es nicht mehr hören. Die meisten Fans können es nicht mehr hören. Und ich konnte es eigentlich auch nicht mehr hören. Und jetzt machen wollen wir da einen Schwerpunkt machen. Was wolltest du da noch erzählen? Und es ist tatsächlich so, dass es doch Sachen gab, dass wir Sachen gefunden haben, dass ich Sachen entdeckt habe, die mich dann doch interessiert haben. Und die dann doch irgendwie da, ja, die man da mit verarbeiten konnte. Und es ist tatsächlich dann ein interessanter Schwerpunktartikel rausgekommen. Aber wie gesagt, es gibt in jeder Geschichte einen Kern, der dich irgendwie dann doch interessiert. So muss das eigentlich auch sein irgendwo. Nur dann macht es auch Spaß, darüber auch was zu machen. Auch wenn es am Anfang vielleicht sich komisch anhört. Jetzt noch die Frage zu dem, was du gerade aktuell bei Peri-Rodan so liest vielleicht. Was sind so deine Lieblingsthemen? Also ich bin ja der große Neo-Fan und Neo-Leser. Ich versuche immer wieder einzusteigen und steige dann wieder aus. Das geht mir ähnlich. Mein Mann liest die erste Auflage. Wir tauschen uns jetzt immer aus. Mein Mann liest die erste Auflage. Der erzählt mir dann da, was da gerade Sache ist. Und ich lese Neo und erzähle ihm, was da gerade Sache ist. Die erste Auflage ist, ich weiß nicht, ich lese die Silberbände. Ich habe jetzt den MDI-Zyklus beendet. Nach, weiß nicht, Ewigkeiten lag der Silberband jetzt auf meinem Nachttisch. Und ich fand den jetzt gar nicht so umwerfend, den Zyklus. Also mir hat tatsächlich der Blufoss-Zyklus besser gefallen. Jetzt bin ich gespannt, wie es dann weitergeht. Aber ich bin eigentlich, ich lese gern Neo, weil das Neo ist für mich ein bisschen passbarer. Ja, es ist halt, das ist halt jetzt, sage ich mal, in der heutigen Zeit erstellt. Wenn ich so die alten Bände, also gerade weil wir MDI-Zyklus angesprochen hatten. Das war lange Jahre auch so mein Kult-Zyklus damals. Jetzt sind sie wieder in der ersten Auflage, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Weil das dann, das war mein zweiter Highlight-Zyklus in den jungen Jahren, als ich das gelesen habe. Wenn ich aber jetzt nochmal so ein Band da raushole, was man eigentlich kaum macht, aber dann mal wieder reinliest, denkt man, oh, was war das denn damals für eine Zeit? Dieses Militärische, dieses, ja, das war alles irgendwie, irgendwie ganz eine andere, ganz andere Erlebniswelt. Und man sieht, dass Neo heute letztendlich die Reihe dann, das Ganze in die heutige Zeit holt. Das ist vielleicht sehr geschickt gemacht. Ja, nicht nur das. Es ist für mich, es ist einfach mehr Science. Was die erste Auflage, selbst die neuen Bände nicht mehr ist. Ja, also ich mag ja an der Science-Fiction eher das Science. Ah, okay. Ich bin eher so der Hard-SF-Fan und ich bin mit Fantasy jetzt so gar nichts am Hut. Das ist also so, nee, das ist so gar nicht meins. Also nicht der Herr-de-Ringe-Fan irgendwo? Nein, nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Geht gar nicht. Ich habe in den ersten Filmen ein paar Ausschnitte gesehen und das war es dann aber auch. Mir ist das, das ist nicht mein Ding. Also, ich mag auch kein Harry Potter oder sowas. Das ist alles nicht, das ist, nee, das ist nichts. Da schaue ich mir lieber irgendeinen Hard-SF-Streifen an. Andy Vier mag ich ganz gern, der den Martianer gemacht hat. Da kann ich dann, falls man es noch nicht gesehen hat, die Expanse empfehlen. Ja, ja, ich bin ein großer Expanse-Fan. Ganz großer. Ja, ich bin auch ein ganz großer Andor-Fan. Denn Star Wars Andor, die Serie, die ist so sensationell, dass, ja, also ich bin auch eher so ein, ich mag halt eher auch so Gesellschafts-, also Geschichten über Politik und Gesellschaften. Das interessiert mich mehr, als wenn ich jetzt irgend so ein, keine Ahnung, irgend so ein Planeten habe mit Außerirdischen, die dann irgendwelche fantastischen Fähigkeiten haben oder sowas. Das ist jetzt eher so nicht so meins. Ich bin schon eher so der Bodenständige. Ja, es muss nicht unbedingt total in die Sphären abkleiden. Bleib ganz gerne am Boden. Das ist auch gut so, am Boden bleiben, denn so kommt man dann natürlich letztendlich auch wieder weiter in der Sache. Ja, und ich lese ganz gerne Fachbücher in allen, durch alle, alle, was man, durch alle Themen, ich habe jetzt gerade eins auf dem Nachtschrank liegen, über das Aussterben der Dinosaurier. Okay, doch so klassisch. Ja, das ist manchmal Geschichte, ich lese auch manchmal ganz gern so ein Geschichtsroman, irgendwie was aus einer anderen Zeit, aber Sachbücher durch alle, ob es Psychologie ist, ob es halt wieder sowas ist oder ob es Geologie ist oder ob es Astronomie ist. Ich habe eine ganz große Sammlung an Astronomiebüchern im Schrank. Ich interessiere mich ganz für Sonnenspektren und Spektralanalysen von Sternen und von Atmosphären und sowas. Dass manchmal auch kosmische Sachen, ich glaube, ich habe diese ganzen Standardwerke zur Entstehung des Weltalls und diesen ganzen Theorien. Da haben wir, glaube ich, was gemeinsam. Ich habe nicht nur den Stephen Hawking hier, das berühmte Buch. Ja, ich habe auch ganz viele. Ich bin auch Bände, Fotobände, auch zur Raumfahrt. Das ist ja das, was eigentlich mit Peri-Roden sozusagen das Ganze zusammenbringt. Die Astronomie und die Raumfahrt, der Aufbruch der Menschheit ins Universum. Und daher kommt, glaube ich, dann unser aller Interesse zu dem ganzen Thema. Ja, mein Mann hat ja auch so jede Menge Literatur dazu. Und wir haben auch ganz viele Raumschiffmodelle. Ja, das Space Shuttle steht bei mir auch auf dem Schrank hier. Nein, wir haben circa, ich sage immer, wir wohnen auf einem Raumhafen. Wir haben etwas über 300 Raumschiffmodelle. Oh, da komme ich bei weitem nicht mit. Das ist ja eine umfangreiche Sammlung. Keine Chance. Der baut auch selber. Er hat jetzt die Space Jet, hat er letztens gebaut. Sehr schön. Ein sehr cooles Modell sicherlich. Und ja, die Story von Peri-Roden ist der Aufbruch des Menschen ins Universum. Und ich glaube, das wird auch durch ein Magazin wie die Soul immer wieder dargestellt. Und wie kriegt ihr denn eigentlich solche Redakteure dazu, zu binden, eine Rezession zu schreiben? Oder wie auch immer. Wie kriegt man die Leute beisammen für eine Ausgabe? Ansprechen. Ich schreibe denen einfach. Ich sage, du, ich bräuchte für die Soul jetzt für den Schwerpunktartikel irgendwas. Schreib mir mal was. Die wenigsten sagen nein. Ich muss einfach ganz dreist sagen hier. Das ist ja fies. Und manchmal dauert es halt ein bisschen länger oder so. Aber es ist eigentlich selten, dass einer sagt, nö, mache ich nicht. Oder habe ich keine Zeit oder sowas. Nee, man muss einfach nett fragen und dann kriegt man das auch. Das ist... Herzlichen Glückwunsch. Jo, in diesem Sinne würde ich sagen, wollen wir uns auf die nächste Soul-Ausgabe schon zusammen freuen. Wer sie noch nicht hat, der muss entweder Mitglied zur Periode-Fan-Zentrale werden. Dann kriegt er sie nämlich automatisch alle zwei Monate. Oder kann sie wo auch kaufen. Alle drei Monate. Alle drei Monate. Alle zwei Monate. Ich glaube, da würden mir meine Mitarbeiter aufsteigen. Man hat auch sonst noch was zu tun, klar. Ich muss jetzt noch zu der aktuellen Ausgabe was sagen. Wir haben ein paar Seiten mehr als normal. Normalerweise haben wir 67 Seiten. Oder 68 Seiten. Jetzt haben wir 80. Weil es war halt einfach zu viel. Mir lag auch dieses Thema Wissenschaften bei Perioden sehr am Herzen. und habe auch für diesen Schwerpunkt ganz viele Leute gewonnen, die mir dazu was geschrieben haben. Wir haben auch einen ganz interessanten Artikel. Also der Rüdiger Schäfer hat über die Quantenphysik bei Neo geschrieben. Der Rainer Schorm über die Astronomie bei Neo. Also die ganzen Kolonien und wie das Ganze zusammenhängt. Wir haben, ich habe den Dietmar Schmidt, der ist ja Chemiker. Den habe ich mal angeschrieben. Er hat gesagt, Dietmar, du bist Chemiker. Ich brauche einen Artikel über Chemie bei Perioden. Er hat dann was über die, über STOC-Säure geschrieben. Ui, was ist das denn? Das kam wohl irgendwann mal vor. Ich weiß nicht, das ist irgendwie die schärfste organische Säure, die es bei Perioden gibt. Also die greift sogar Akon-Stahl an, so wie ich das gelesen habe. Dann habe ich der Stefan Wepiel, der schickt mir ja immer Sachen, wie er dann schreibt über bestimmte Orte, über jetzt hat er den Planeten, wenn ich das jetzt wüsste, wie man das ausspricht, ohne dass ich mich jetzt hier zum Löffel mache. Probieren wir es mal. Pop da. Okay. Also ich glaube, die Chapo Paner kommen daher. Und das ist dann quasi eher so die Geologie, die wir da abdecken. Dann hat mir der Frank Gerig, der hat mir die endemische Echsenfauna der Kolob-Ebene auf Top Seed geschickt. Sehr interessante Sachen. Also der hat jetzt diese ganzen Echsenarten beschrieben. Also das ist wirklich toll gemacht. Er hat mit so einer KI, hat er die Bilder dazu gemacht. Und KI und Photoshop. Und es ist also echt toll geworden, auch so die Bilder. Und dann haben wir noch von einem Mitglied, der hat mir, der schreibt ein größeres Buch über Kurt Maher. Und er hat sich, Kurt Maher war ja Physiker und der hat sich mit Fortran beschäftigt. Also der hat Fortran programmiert, war ja damals die Programmiersprache schlechthin. Und der Michael Detampel, der kann auch Fortran. Und der hat jetzt mal so Texte von Kurt Maher aus Periode analysiert und hat festgestellt, dass da Fortran-Algorithmen drin sind. Also wie man das quasi im Fortran schreiben würde, schreiben könnte. Und das ist auch ein total cooler Artikel. Da bin ich gespannt, was sie, was sie, also der ist schon sehr, der geht schon sehr ins Detail. Wir haben schon, der Norbert Fix und ich, wir haben da echt dran rumgebastelt, dass wir das nicht, dass wir das so machen, dass es auch normale Leute, die sich nicht so für Computer interessieren, das ist da, dass die da auch mitkommen. Weil das ist schon sehr, da geht es schon sehr, sehr nah. Und ja, dann haben wir noch zwei Interviews mit dem, eins mit dem Robert Straumann. Der hat ja das Cover von der letzten Ausgabe gezeichnet. Und wir haben ein Interview mit dem Falk Ingo Klee. Der ist ja bei Twitter sehr, sehr rege. Der hat jetzt die ganze Zeit, habe ich immer gesehen, hat er vom Weltkorn 1986 immer Bilder getwittert. Und die Alexandra Trinley hat mit ihm ein Interview geführt und hat ihn über sein neues Buch, per Schreibmaschine durch die Galaxis, interviewt. Wo kenne ich dieses nur her? Per Anhalter war doch da auch noch was. Aber er hat gesagt, die Antwort ist nicht 42, sondern 44. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir doch mal Werbung für das Magazin. Und zwar, wo kann man es denn bekommen? Nicht nur, dass man Mitglied sein kann, aber man kann es natürlich käuflich auch erwerben. Ja, man kann das käuflich erwerben. Und zwar muss man dann auf die Seite www.prfz.net gehen. Und da findet man den Spaceshop der Pellrodon-Fanzentrale. Und da kann man das Heft auch bestellen, wenn man nicht Mitglied ist. Es geht auch endlich wieder. Also wir hatten einen kleinen technischen Defekt in den letzten zwei Wochen. Das haben wir jetzt, gestern ist so, glaube ich, die letzten Problemchen ausgemärzt worden. Man konnte nicht mehr bestellen. Die Seite war offline. Man musste, der Rainer Giesecke musste die Seite komplett neu aufsetzen. Computertechnik halt. Ja, das ist halt, wenn man Updates macht, gell? Never change a running system. Ja, alter gut, alter gut. Nein, also das geht jetzt wieder und man kann das auch bestellen. Ich habe auch dem Rainer schon die Daten geschickt, dass er das schon freischalten kann. Und ich schätze mal, der Michael Bluckmann, der ja unseren Shop betreut, dass der die Hälfte jetzt auch schon hat und dass er dann schon verschicken kann, wenn Bestellungen da sind. In diesem Sinne, greift zu. Und ich sage auf alle Fälle jetzt ein herzliches Dankeschön für die Geschichte um die Soul und um deine Arbeit dafür. Wir hören und sehen uns irgendwann irgendwo wieder. Vielen herzlichen Dank für dein... Spätestens auf dem Garsinkon. Ich will es hoffen, dass es gelingt. Ja. Bis dann. Ciao. Okay, danke. Ein herzliches Dankeschön, Christina Hacker. Ein weiterer Dank der Periroden-Fanzentrale für ihre Unterstützung. Ebenso ein Dank Chris Knerr für den Soundtrack. www.synthaction.net Auf zu den Sternen! Und jetzt nach der Periroden-Fanzentrale für ihre Unterstützung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020